Es ist soweit. Der Europa-Park präsentiert Ihnen nun eine lustige Show voll Musik, Tanz und Fantasie. Erleben Sie mit uns eine neue Episode mit der Euromaus und Ihren Freunden. Und nun Bühne frei für die Euromaus und der Zirkus Schneeflöckchen. Hallo, Nana. Da sitzt sie ja schon. Frohe Festtage. Oh, die Nana ist da. Salut. Ach, Weihnacht. Schöne Zeit. Ja, kreuzi. Alles klar. Na ja. Mensch, Nana. Wie haben wir uns auf deinen Zirkus gefreut. Ein Winter ohne Zirkus ist wie ein Weihnachtsmann ohne Kerzen. Oder ohne leckeres Essen. Scheiße, ich gehe auch ein paar Zirken. Der Winterzirkus gehört halt einfach dazu. Ach, Freunde. Ich bin ja so traurig. Ich habe keine Artisten mehr. Hä? Was redest du? Dünner Badartist. So wie die Bad-B-B-Bad-Zirken. Oh, Marmelfahrt. Was reicht das? Keine Artisten. Kein Winterzirkus reicht das. Leider ja. Ich habe kein Geld mehr. Und alle meine Künstler sind weg. Ein Winter ohne Zirkus-Häflchen? Das kann nützig. Nein, das darf nicht sein. Dann machen wir selbst eine Show. Ja, sicher. Nun für solle Spектacke, nun mal. Oh, aber klar. Juhu. Ach, bravo, bravo. Wunderbar. Das ist das Raffabatsch. Das wäre ja so cool. Wenn die Winterlieder klingen, Schnee liegt wieder auf dem Tarn. Was wird dieses Jahr noch bringen? Weihnachtszirkus heißt es dann. Wenn der Vorhang dann aufgeht und ein Clown so ganz diskret. Und mit einem Stolper Schritt nachend in die Manege tritt. Was für eine schöne Zeit. Winterzirkus heißt es heute. Wir sind heute Akrobaten. Schneeflöckchen heißt unsere Show. Sein Bereich für große Daten. Denn wir sind es ebenso. C'est nous les rois de la piste. C'est nous les très grands artistes. Wir sind für die Show bereit. Denn es ist Weihnachts-Zirkus-Zeit. Blöde Feier, es geht gleich los. Unser Weg tacken wir farbos. Heute gibt's ein Spektakel. Meine Freunde helfen mir. Es ist fast schon ein Mirakel. Zirkus ist mein ewiges Ziel. Heute ist meine Laune heiter. Denn mein Zirkus geht noch weiter. Alle stehen heut parat. Glück hat, wir solche Freunde haben. Alle stehen heut parat. Glück hat, wir solche Freunde haben. Nun, lasst uns die Show kredieren. Es soll nur zum Besten sein. Alle los, nur schnell passieren. Denn es ist freundlich groß und klein. Schneeflasche wird noch ein Star. Alle finden's wunderbar. Wir sind für die Show bereit. Denn es ist Weihnachts-Zirkus-Zeit. Blöde Feier, es geht gleich los. Unser Spektakel geht mal los. Es wird man richtig warm ums Herz. Hoi! Ach, ihr Lieben, ich freu mich ja so. Und wer fängt jetzt an? Hoho, na ich. Ich bin ein Tänzer. Ich tanze im Zirkus auf einem Seil. Du tanzt auf einem Seil? Hoho, hoho, europhant-Wetre-Phänobül. Gut, lasst ihn. Der Eurofant kann wirklich toll tanzen. Aber doch nicht auf einem Hochseil. Da bin ich mal gespannt. Ha, 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 ha. Unser Dicker. Ich bin nicht dick, nur stark gebaut. Na, wartet, ich zeige es euch. Na dann, los geht's. Jee-ha, die Show beginnt. No risk, no fun. Hi-hi. Schnell, hilf mir beim Anziehen. Okay, behalte dich. Hutschmant. Hoho. Hallo, Eurofant. Ja, ich komme gleich. Was macht ihr nur? Wo bleibst du? Wir warten. Sofort. Wo bleibt ihr denn? Und das Palette ist schon da. Und der Pfad? Du bist gleich da. Es sei nicht schon stark. So lange kann das doch nicht dauern. Oigafant, wir warten. Pfluchsteine? Nur noch das Tü-Tü. Oh, nachvoll. Oh, na. Hasch doch eine Spitze, die Angst! Jetzt hört auf, ihr Fein! Jetzt bloß kein Stress! Hat er sich verlaufen? Komm jetzt, komm jetzt! Ist gerade los! Ja, mach mal halb lang. Guck mal! Achtung, jetzt komm ich! Oh nein! Kein Wunder, du bist zu schwer! Sei nicht traurig! Also, ich fand das Ballett wunderschön. Und der Eurofund ist so lustig, ich glaube, das wird eine super Show! Jetzt komm ich und zeige eine wirklich tolle Nummer! Ich kann Schwerter verschlucken! Bring mir ein Messer und ein Gabel! Jetzt dreht unser Gummer durch! Hey, Louis! Mach keinen Quatsch! Oh, Weinerchen! Das macht Spaß! Bist du verrückt? Ist jetzt viel zu gefährlich! Dangerous! Ich bin Louis! Ich bin Louis, der Fakir! Ich bin Louis, der Fakir! Ich bin Louis, der Fakir! Ich steig mir ein Schwerter in den Mund und bleib dabei! Hey! Hey! Mann, ihr layout immer mit. So ist super cool, ja? So ist sehr sehrähig! abilitiesoream! Poline im Katzennzall und der Tazn! Hey, Ha, 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 Ha! Ciao! So ist die Withoutd群! Bist du rMark! Cant die摸! Ich meine, sehr gut. Wenn ich meine Küste, ich finde der Basing, ich wollte dir mal, oui. Das ist super cool. Das ist so cool. Dann tanzen alle in die Salle, ihr habt auch ein Mal. Das ist mein Kadeau. Es macht mich froh. Je suis Louis le Fakir. Je weiß nicht, ob ihr es lebt. Je vous 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 lebt. Komm Louis, hör auf. Macht er nicht weh. Ich kann nicht daran schauen. Ich mag kein Guck bei Beinen. Hey, du schummelst. Aber das darf man nicht in einer Zirkusrevue. Das ist ja eine Täuschung. Also, so wie Louis das macht, ist das kein Geschummel. Ich finde ja, das ist echte Klaunerei. Richtig super. Und, hat noch jemand von euch eine Idee? Ja, jetzt komme ich. Wir Schweizer haben eine uralte Tradition. Immer kurz vor dem Alpabtrieb machen wir eine Schlangenbeschwörung. Wir spielen auf unseren Alpenflöten und sorgen dafür, dass die Schweizer Kobras unsere Kühe in Ruhe lassen. Kühe? Brav macht er? Charmeur de Serpent en Suisse. Cela semble fou, 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 fou. Kühe, bitte bleib normal. Ja, also ist ja gleich. Ich will jetzt auch mal im Zirkus Schneeflötchen auftreten. Bitte. Bravo, bravo, wunderbar. Kühe, sei vernünftig. Man bringe mir meinen Schlangentron und meine Freunde. Ich wusste gar nicht, dass es in der Schweiz Kobras gibt. Naja, jetzt lass den Möckli halt. Vielleicht ist das ja eine gute Idee. Wir lassen uns überraschend. So, also jetzt. Achtig. Bravo, coole Nummer. Das muss mit dem Zirkus. Richtig fett. Wow, man ist das abgefahren. Eine Schlangenbeschwörung in der Schweiz. Und das ist Werner Oberland. Super, klasse. Applaus. Wow. Ja. Und das ist Werner Oberland. Super, klasse. Applaus. Super, klasse. Super, klasse. Super, klasse. B peanut. Cool, klasse. T Ñ- C- Die kenne ich. Jetzt passt ihr mal auf. Kommt! Alle mitklatschen! Kein Überbruch. Das ist der Hammer! Wow! Hallo, die Schwange ist ja gar nicht echt. Die hat ja einen Neilonfaden. Ja, jetzt ist es doch drück. Ich finde es netzig. Nausen und ich habe so viele Emotionen gezeigt. Ihr, ihr, ihr... Wörtli! Hey, warte! Du bist in meiner Show, ich fand das richtig super! Ähm, Sascha? Was ist denn mit dir? Bären können doch gut jonglieren, oder? Möchtest du es mal probieren? Da, da! Bin ich ein richtiger Akrobat! Na, hör zu! Und wir tanzen dabei! Louis, du tanzt mit Eurofund! Heute tanzen wir bei Sazza und wir träumen unser Lied. Wie in Serien auf Kuba spüren wir den Sazza-Bied. Den Rhythmus erleben und diese Harmonie. Gebrült durch die Manege schweben, den Moment vergisst du nie. Ja! Wir tanzen ganz klar! Der Schritt ist ganz einfach. Komm Kinder, macht alle mit! Rechtsverreite, linksverreite, rechts zurück und links zurück! Rechtsverreite, linksverreite, rechts zurück und links zurück! Rechtsverreite! So, Sascha! Jetzt bist du dran! Schau mal! Und wieder geht's! Eins, zwei und drei! Okay, und los geht's! Äh, naja, vielleicht versuchst du's doch immer erstmal mit weniger, oder? Genau! Okay! So, und jetzt aber! Los geht's! Na? Ha! Zeit! Jetzt! Ich habe Hunger! Ach komm schon! Dann versuch's aber wenigstens mit einem, okay? Probieren wir lieber studieren! Wow! Schau mal! Das klappt doch! Super! Hey! Richtig gut! Danke! Kompliment! Komm heute tanzen wir bei Sazza und wir träumen unser Lied. Wie in Serien auf Kuba spüren wir den Sazza-Bied. Den Rhythmus erlösen und diese Harmonie drückt durch die Manege schweben. Den Moment vergisst du nie! Komm! Macht alle mit! Dann kommt die Manege schweben. Ja! 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 Mousie, du weißt, ich hab dich lieb, ich wünsch mir, dass für immer es so blieb. Ich könnt mit dir eine Nacht lang tanzen und aber stundenlang nur dein Lächeln in den Augen sehen. Komm, heute tanzen wir mal Zazza und wir träumen unser Lied. Wie in Föhnien und Kubat, spielen wir den Zazabit. Den Rhythmus ergeben und die Verharmonie und durch die Manege schweben. Den Moment vergisst du nie. Ich könnt mit dir eine Nacht lang tanzen und aber stundenlang nur dein Lächeln in den Augen sehen. Komm, heute tanzen wir mal Zazza und wir träumen unser Lied. Wie in Föhnien und Kubat, spielen wir den Zazabit. Den Rhythmus ergeben und diese Harmonie und durch die Manege schweben. Den Moment vergisst du nie. Wow, was für eine super Tanz-Einlage. Und Sascha, mit ein wenig Übung bist du ein richtig guter Jongleur. Haha, danke. Bitte. Sehr gut. Macht Spaß. Hallo Nana. Weißt du, was mir als Kind im Zirkus immer am meisten Spaß gemacht hat? Was denn? Wenn wir in der Manege auf den Ponys reiten durften. Oh, aber leider gibt es in unserem Zirkus keine Pferde. Vielleicht können wir die Kinder trotzdem in die Manege holen. Stimmt. Ähm, zum Beispiel zum Singen. Ja, wir könnten zusammen ein Weihnachtslied singen. Das ist eine super Idee. Hey Kinder, wer hat Lust zu uns auf die Bühne zu kommen? Wer von euch kennt denn die Weihnachtsbäckerei? Kennt ihr das? Ja? Klasse. So, kommt. Dann singen wir das einfach zusammen. Oder? Habt ihr da Lust drauf? Gut. Komm mal hier. Genau. Magst du mir die Hand nehmen? Genau. Komm mal hoch. So. Perfekt. Okay. Seid ihr bereit? Ja? Gut. Dann Musik ab, bitte. Und los geht's. Juhu. Wer fängt an? Jetzt geht's los. Super. Gut. So, dann Achtung. Das schaffst du. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Bäckerei. Zwischen mir und mich, so mancher kriegt eine riesengroße Läckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Super. Wo ist das exakt geliebt? Von den Plätzchen, die wir lieben. Wir haben das gesetzt, verstanden. Ganz genau, die Klasse. Dann müssen wir es packen. Ein Tag kleiner Schnauze packen. Schreiß den Ofen ab. Und ran. Klasse. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen mir und mich, so mancher kriegt eine riesengroße Läckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wow, super ey. Das habt ihr unglaublich gut gemacht. Bitte mal einen ganz großen Applaus hier für unsere kleinen Talente. Super. Okay. Wisst ihr was? Dann dürft ihr mitnehmen unter euch Vataien. Ja? So, und dann dürft ihr wieder nach unten hin. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute bei uns im Zirkelschneeflöckchen. Gut. Und dann geht es jetzt weiter mit einer Überraschung. Wollt ihr schöns? Das war toll. Ganz genau. Einen super Applaus, bitte. So, und jetzt sage ich, bitte begrüßt mit mir den unglaublichen Jean Ferry. Bühne frei und los geht's. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Es ist, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Holidays. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas,